Hallo Guido Büttner, was können Sie uns über das Freizeitheim sagen? Also das Freizeitheim ist eine Jugendfreizeiteinrichtung der Stadt Gabsen. Das heißt, die Stadt Gabsen finanziert alles, was hier so rumsteht und inklusive der Mitarbeiter. Hier arbeiten drei hauptamtliche Mitarbeiter, zwei Sozialpädagogen und eine Erzieherin. Das Freizeitheim steht allen Jugendlichen in Gabsen natürlich offen. Wir machen offene Türarbeit, das heißt hier auf der Horst können Jugendliche kommen und verschiedene Freizeitangebote nutzen, wie zum Beispiel Krökeln, Billardtisch, Tennis spielen. Wir haben ein Internetcafé, wir haben aber auch ganz normal nur ein Café, das man hier sozusagen in Anführungsstrichen abhängen kann. Der zweite große Bereich im Freizeitheim ist die sogenannte Gruppenarbeit. Das heißt, wir haben Gruppenräume hier, wir haben einen großen Bandübungsraum, wir haben Tanzräume, wir haben einen Mädchenraum, wir haben einen Seminarraum. Das sind alles Gruppen, die hier das Freizeitheim nutzen und hier verschiedene Dinge tun. Hier sitzen wir zum Beispiel gerade im Tonstudio. Das heißt, hier gibt es einen Schneideplatz für Tonaufnahmen. Das heißt, wenn die im Musikraum soweit sind, dass sie auch mal eine CD aufnehmen wollen, dann können sie das hier machen. Wir haben auf der anderen Seite, das seht ihr jetzt nicht, einen Videoschnittplatz. Hier werden auch Videos geschnitten. Die Arbeit ist ziemlich umfangreich, die wir da mitmachen. Wir haben aber auch ganz normale Projekte hier laufen, wie zum Beispiel von der Schule, dass verschiedene Gruppen hierher kommen und mit uns zusammenarbeiten.